Heute ist der erste Tag, wo alle ausgeschlafen haben und wir hatten heute Morgen ein wunderbarer Gottesdienst im Zelt. Und gerade hier, heute Mittag, hier unter Palmblätter, Pfauern und was hier noch alles so rumschwirrt. Und es war wirklich wunderbar, von der Wüste zu hören. Und natürlich ist das Thema Wüste. Wir hatten heute Morgen schon den Abraham, seinen Werdegang und natürlich auch jetzt wieder, was das Thema Wüste, wie Gott uns aus unserer persönlichen Lebenswüste herausführen wird, so wie wir das Beispiel natürlich auch haben vom Volk in Israel und viele, viele weitere Beispiele, wo Menschen ihre Lebenswüste mit Gott gemeistert haben. Ja, dann bis bald, bis morgen. Ja, bis bald.